hallo und willkommen bei einem weiteren video des projekts auf distanz goes bei konur es ist sonntag abend ungefähr 18 uhr 30 und das bedeutet ziemlich genau in drei tagen um diese zeit werde ich in astana in der kasachischen hauptstadt landen das wenn alles so klappt man merkt also die reise rückt richtig nahe und ihr seid diejenigen zusammen mit meinem sponsor mit der bewuter zusammen mit dem sponsor seid ihr diejenigen die diese reise möglich machen und dafür ein riesen dankeschön an euch alle ob es nun große beträge waren kleine beträge waren ob es per überweisung war oder hier bei indiegogo vollkommen egal ist es eine kampagne bei der jeder euro weiterhilft und ihr habt schon wahnsinnig geholfen ist es ganz ganz toll wie das funktioniert hat und allen die es weitererzählt haben einfach ein riesen dankeschön an alle die in irgendeiner weise da irgendetwas gemacht haben danke ja das crowdfunding läuft jetzt noch sieben acht tage weiter wer also möchte kann sich hier noch beteiligen auch der reisebericht ist natürlich noch offen zusammen mit nicolas world und reinhard remford von methodisch inkorrekt und martin rützler von radio mono werden wir da bei köln oder in köln irgendwas machen im ersten halbjahr 2009 10 ist das geplant wer da also noch mit was mit dabei sein möchte das geht noch geht noch eben weiter was ist ansonsten passiert in der letzten zeit in den letzten tagen ich habe das allerletzte material gekauft das wird in den nächsten ein zwei tagen noch ein bisschen erprobt aber soweit sieht alles erstmal ganz gut aus und auch die reiseunternehmen haben also jetzt die letzten bestätigungen geschickt und was natürlich besonders wichtig war war die russische raumfahrtagentur rosskosmos hat also auch die bestätigung geschickt dass wir dann alle mit auf das gelände dürfen die dort auf diese reise gehen das ist also auch unter dach und fach ja und ich stelle im moment zusammen was alles so mit muss auf diese reise da gibt es ja natürlich nicht nur meine klamotten die ich also jetzt für die für die tage während der reise tragen werde sondern eben auch die technik die ich für die reportage benutzen möchte denn ich plane ja ein podcast ich plane video ich plane blog beiträge und da gibt es natürlich auch diesen reisebericht und dafür kommt jetzt einiges mit also da wäre einmal eine schöne die digitale spiegelreflexkamera mit passenden objektiven dann kommt noch ein paar weitere kameras dazu dann gibt es zwei audioaufnahme geräte dann gibt es drei verschiedene mikrofone zwei stative ein großes kleines da kommen zwei headsets mit dazu und dann gibt es noch jede menge zubehör also kabel akkus ladegeräte batterien ohrhörer und was man alles mögliche was man auch brauchen könnte und die ganzen taschen wo das ganze zeug natürlich rein gehört dann kommt noch zwei notebooks mit das ist noch mal eine eigene tasche die mit ins handgepäck soll und dann natürlich alles was man so für eine reise sonst für den persönlichen bedarf noch braucht morgen am montag geht es dann weiter dass ich also die allerletzten erprobungen machen mit der technik da ist noch ein neues mikrofon das muss ich noch ein bisschen überprüfen mit der kamera das sieht aber bislang schon mal sehr gut aus dann wird schon mal ein bisschen die technik zusammengeräumt am dienstag wird dann endgültig gepackt und am mittwochmorgen geht es dann sehr sehr früh los mein zug geht um fünf uhr fünf in der einer nachbarstadt und dann werde ich also mit dem pablo meinem reisepartner am frühen nachmittag in frankfurt am main losfliegen wenn ihr die reise verfolgen wollt dafür gibt es eine webseite die hat eine adresse nämlich horizons punkt auf distanz punkt de dort findet man auch alle weiteren möglichkeiten die sache zu verfolgen auf der webseite gibt es einen podcast es gibt einen blog wenn die bandbreite irgendwie in kasachstan reicht in dem hotel dann möchte ich auch videos hochladen und es gibt auch ein twitter account der ist natürlich auf der seite auch noch verlinkt der heißt ades bei konur ja das wäre eigentlich das was ich im moment erzählen kann ich hoffe dass ich am dienstagabend doch ein weiteres video bereitstellen kann und alles weitere kommt dann schon von der reise euch noch mal vielen dank für die unterstützung und bis bald